Willkommen zum zweiten Teil von Hilfreiche Mausklicks. In einem anderen Video schon einmal etwas genauer erklärt, kann man, wenn man beispielsweise Elemente verschieben möchte, welche nicht über einen Auswahlbereich selektierbar sind, mit der Summfunktion selektieren. Dazu könnt ihr einmal die rechte Maustaste aktivieren und dann die entsprechenden Elemente selektieren, erneut mit der rechten Maustaste bestätigen und diese dann beispielsweise verschieben. Eine weitere Funktion ist es, dass man mit einem Doppelrechtsklick auf ein Element das Element und die jeweiligen Eigenschaften übernehmen kann. Das geht natürlich im Teilbild genauso wie beispielsweise Elemente aus dem Assistenten, die können auch dreidimensional sein, wie am Beispiel dieser Wand hier. Wenn in den Optionen unter Maus und Fadenkreuz die Option Zoom-Funktion aktiviert ist, besteht die Möglichkeit, mit der rechten Maustaste einen Auswahlbereich aufzuziehen und dann darauf hinzuzoomen. Weiter könnt ihr mit gedrückter Control-Taste einen Rechtsklick auf ein Element machen und dann öffnet sich ein spezielles Kontextmenü. Eine letzte Möglichkeit in diesem Video, welche ich euch zeigen möchte, wenn ihr beispielsweise ein Element verschiebt oder kopiert, wie auch immer, dann habt ihr noch die Möglichkeit, in der Funktion über einen Rechtsklick beispielsweise auf ein Element oder Punkt Kontextmenü zu öffnen, welches euch verschiedene Möglichkeiten bietet, wie beispielsweise hier den Mittelpunkt. Wenn ihr diesen jetzt anwählt, dann seid ihr in der Lage beispielsweise über zwei Punkte einen Mittelpunkt zu definieren und dieses Element so mittig in dieses Quadrat abzusetzen. ein Element. Das ist 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 ein Element. Vielen Dank.